Hi Leute, wenn ihr mich und diesen Kanal unterstützen wollt, geht doch gerne in Fortnite in den Itemshop und gebt unten bei Unterstütz1Creator den Creator Code MeinungenTV ein. Das würde nicht nur mich sehr unterstützen, sondern auch meine Arbeit finanzieren. Das heißt, ich kann mehr Zeit in Videos für euch stecken. Jetzt viel Spaß beim Video. Wo wir hingehen? Wo wir hingehen? Ähm... Ich will nicht immer an dieselbe Stelle. Lass mal hier hin, da war ich glaube ich noch nie. Aber schon sehr lange nicht mehr. Obwohl wir gerade beim Thema Business waren, ich habe tatsächlich letztens überlegt, ob ich nebenbei, mehr oder weniger... Wo ist deine YouTube-Ansprache? Die habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Achso, okay. Ich drücke einfach auf Aufnahmen und schneide später ein Intro vor. Okay, was wolltest du sagen? Ich war letztens am überlegen, da meine Kosten jetzt demnächst vermutlich ein bisschen höher werden, die Fixkosten. Es gibt so ein, zwei Leute, die mich auch als Cutter wollen, wo ich auch gesagt habe, so ja, nee, lohnt nicht für mich. War ich am überlegen, ob ich mit denen vielleicht aushandle, dass die mich auf, was ist das, 420 Grad? Äh, 520 Euro Basis einstellen, damit ich das mit der Krankenkasse weg habe, weißt du? Weil, äh, die Krankenkasse safe zu haben, wäre schon geil. Ah, was ist denn? Jo, willst du mich eigentlich verarschen? Ich habe einfach dreimal daneben geschossen. Ich bin so ein inkompetent Stück Scheiße. Wann kommt der Meinung in 24-7-TV? Muss ich erstmal gucken, wann sich das finanziert. Du hast mir bis jetzt immer noch keine Rechnung für den normalen Server geschickt, Exi. Ja? Da habe ich noch Angst vor. Was heißt Angst? Ich kann es ja bezahlen, aber da bin ich schon immer so, so, hm, wann kommt das jetzt? Ist schon ein Monat her. Ups. Ja, ist okay. Wenn du mir die nie schickst, bin ich damit auch fein, ne? Boah, das ist der fucking Bot, Alter. Was ist denn das? Warum macht der Bot diese Wand kaputt? Das A in Meinungen steht für Aim. Ja, Meinungen. Verena macht das sehr gut. Ich ertrag das nicht mehr. Ich ertrag das wirklich nicht mehr. Das ist jetzt wirklich das nächste, ist das letzte Spiel, was wir machen. Und dann bin ich auch raus. Verena macht das sehr gut. Ich ertrag das jetzt wirklich nervlich nicht mehr. Ich kann das jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt komplett raus. Könnt ihr demnächst, wenn es bei dir läuft, Ballyuend mal spielen? Könnt ihr euch думert, wenn ihr euch nächst? WCH genet das einfach mal. Und ich, wenn preciset ihr euch nicht mehr machen, d Limitedy ist, е